Ich bin seit letztem Sommer beim Tusbusdorf. Es waren mehr oder weniger die Leute, die hier so am Werk sind. Das ist jetzt der Trainer, der Basti Vitenius, mit dem bin ich damals aufgestiegen in Siegburg, aus der Kreislinge in die Bezirksliga. Er ist ein cooler Typ, spornt immer sehr an, sehr viel Motivation dabei, macht gute Trainingseinheiten. Jeder spornt jeden an und man ist immer zu 110 Prozent dabei. Das wird auch vom Trainer verlangt, sonst kann man seine Tasche packen und gehen. Das weiß hier auch jeder und da ziehen alle voll mit. Die sportlichen langfristigen Ziele sind, die erste Mannschaft im Kreisliga-Oberhaus zu etablieren und mit der zweiten Mannschaft nachzuziehen. Und ein ganz wichtiger Punkt für uns ist, alle Jugendmannschaften durchgehend zu besetzen. Ja, die Jungs sind alle ganz neu, das sind alles eine ganz neue Mannschaft. Viele 18-Jährige sind dabei, teilweise noch A-Jugendliche. Spielerisch haben wir auch echt ein paar gute Burschen dabei, die gut ausgebildet worden sind, die auch schon mal in der Kreisliga-Erfahrung haben. Und ich denke, das macht uns das so aus. Und die Kompaktheit und die Disziplin der Mannschaft. Man muss ganz klar sagen, wenn wir mittelfristig nicht diesen Hybridrasenplatz bekommen, dann sieht es für den Verein schlecht aus. Aber wir sind auf einem sehr guten Wege. Wir befinden uns in sehr konstruktiven Gesprächen mit der Stadt. Wir werden hervorragend unterstützt seitens der Stadt. Und das Ziel ist spätestens im Jahr 2016, hier den Hybridrasen liegen zu haben. Wenn man Erster ist und nur einen Unentschieden drin hat, dann denkt man natürlich schon, wie geht es jetzt weiter, Spiel für Spiel. Und wenn es am Ende reicht, dann wäre es natürlich schön. Dann dürfen die Jungs auf meine Glatze alle unterschreiben. Der Vorstand hat schon ein paar Sachen im Hinterkopf. Die werden alle begeistert sein. ... ... Vielen Dank.